Gerade in den Wintermonaten ist es nicht gerade üblich bei mir, dass ich mir dann nochmal die Sportklamotten anziehe, mich etwas genauer an, denn das ist natürlich auch das... Genau, und ich habe ja eben gerade die Werte verändert, liebe Zuschauer, weil wir haben ja auch noch Tastenkombinationen an den Griffen. Das bedeutet, wenn ich die Geschwindigkeit schnell runterschrauben möchte, dann gehe ich einfach hier auf die Speed-Taste Minus und dann reduziere ich... ...der Faden, der da deinen Hosenbund mit dem Laufband verbindet. Was ist das? Also ich laufe jetzt an der Leine, nein Spaß beiseite, sondern das ist ein Sicherheitsgurt, liebe Zuschauer, was passieren würde, wenn ich jetzt irgendwie abkommen würde vom Weg. Und dann sehen Sie, löst sich das Band und... ...gesprochen motivierend, der eine mag lieber Klassik, der nächste mag es lieber etwas kräftiger, mit etwas flotterer Musik, vielleicht ein bisschen Techno oder ein bisschen Heavy Metal dazu oder was, jeder motiviert sich auf seine ganz besondere Art und Weise. Liest du eigentlich auch schon mal, wenn du auf so einem Laufband stehst? Ja, aber wenn ich ganz schnell laufe, dann kann ich nicht lesen. Also dann brauche ich echt Musik, um ja einfach... Die haben ehrlich gesagt immer so einen Brustkorb, so einen Brustgurt, um ihren Brustkorb zu Hause mit ihrem Laptop oder was auch immer sie zu Hause haben, dann verbinden können, um ihre Erfolge dann wirklich langfristig zu verfolgen. Glauben Sie mir, das ist ausgesprochen motivierend. Wenn Sie also selber etwas für Ihre persönliche Konstitution tun möchten, wenn Sie vielleicht sagen, Mensch, ich habe vielleicht ein bisschen zugelegt oder möchte vielleicht einfach etwas abnehmen oder möchte mich einfach wohler fühlen, vielleicht haben Sie mit dem Rauchen aufgehört. Wirklichkeiten sind da. Das heißt, das schafft kein normales, professionelles Laufband. Das haben wir ja alles integriert für unter 400 Euro, liebe Zuschauer. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich Ihnen sage, greifen Sie zu, lassen Sie es weiterhin bei uns das meistverkaufte Laufband sein. Mich würde es nicht wundern. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Jana hat mich völlig überzeugt. Schönes, liebe Zuschauer, das ist wirklich ein Alleskönner. Ein Profi-Laufband, wo Sie noch Hand hinhaben, um den Oberkörper zu trainieren. Dann die Bandmassage, damit der Stoffwechsel an unseren Problemzonen... Und dann die Bandmassage, damit der Stoffwechsel an unseren Problemzonen...